Musik 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 God wünscht Ihnen an viele von diesen langen Sommerabdungen, die so schön sind, dass es einem einfach rauszieht zu einer feinen Sommersnacht im Freien. Natürlich mit allerlei Spezialitäten vom Holzkohlengrill. Grilliert ist ja gut und gesund, wenn man es richtig macht. In den offenen Flammen aber nie grillieren. Erst wenn das Zündmittel ganz verbrennt ist. Und dann warten, bis die Holzkohlen mit grauer Aschen bedeckt sind und diese dann wegblasen. Und jetzt erst den Rost aufsetzen. Das Fleisch nie anstechen. Sondern mit den Zangen kehren. Und natürlich immer erst nach dem Grillieren salzen. So haben Sie immer feine, saftige Grilladen, die auch gesundheitlich gut sind. Und jetzt kann man einen guten wünschen. Denn es ist alles da, was Sie für einen abwechslungsreiche und leichten Sommersnacht nötig haben. Bekannte Markenspezialitäten in einer grossen Auswahl zu den günstigen Kotpreisen. Zum Beispiel das herzhafte, knusprige Vasa-Knäckenbrot. Da drin steckt die Kraft vom vollen Roggenkorn. Die feinen Formagini vom Bär können Sie nach dem eigenen Geschmack würzen mit Pfeffer oder was Sie wollen. Das ist das urchige Alpenbrot mit dem körnigen, aromatischen Geschmack Ofenfrisch von der Go-Bäckermeister. Frischsalat an einer würzigen Delikatess-Sauce mit Joghurt. Das sind die feinen Tretter-Salate von Hirtz. Dazu die knusprige frischen Zweifelchips aus Schweizer Herdöpfel mit der frischen Garantie. Und für den grossen Durst das Walser Wasser. Ein stahlklares Mineralwasser mit wenig Kohlesäure. Sie sehen, bei Go-B gibt es alles für einen zufrieden Sommer zu Nacht. Haben Sie gleich miteinander. Das ist das aktuelle Ferienangebot vom Go-B-Fotoservice. Wenn Sie jetzt Ihren Farbfilm bei Go-B entwickeln und kopieren lassen, dann kommen Sie gratis einen Farbfilm über. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Go-B Bohnenkaffee Jubilor 500g für nur 85 und 250g für 13 Koffeinfreie Bohnenkaffee Bonsoir 250g für 13 Katzenvollnahrung Viscas 400g 31 und Matzinger Trockenfutter 800g 2,90 Hundefollnahrung Schappi 2 Dosen 2,10 und anderthalb Kilo Frohlig 4,25 Und noch morgen übermorgen und am Samstag 5 Kilo Multiniaksa nur 14,50 und 2 Liter Gewehrpfredler Tedidus nur 2,90 Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!